hallo und willkommen zurück in einer neuen woche willkommen bei sniper ghost warrior contracts wir sind in der beendigungsphase der letzten der ersten der ersten der ersten mission hier liegen noch die leichten eben sozusagen für mich ist eben für euch ist es schon eine weile her machen wir da mal ein kleines häufchen ich stelle dir jetzt eine neue freundin vor guck mal das ist der edward genau bis zu 69 kein problem und was du möchtest auch mit dabei sein ja kein problem ich gönne ich kann das wirklich können also komplett wo der rest seiner freunde ist da ja dazu legen so wo ist das blöde sommer objekt jetzt wir stehen ja quasi direkt daneben es ist über mir unter mir es ist jedenfalls nicht hier da müssen wir noch mal eine stufe rohe gehen ich vermute mal hier kommt man doch nicht weg hier kommt man doch nicht weg das kann doch nicht sein noch höher als hier geht ja nicht da bin ich schon zu weit weg da da ist es nicht da ist es nicht wir müssen leider wieder runter gehen also ich weiß nicht weil ich meine wir wollten es ja auch erst mal hier die sabotage ausführen das haben wir gemacht das wir können ja jetzt auch nicht runter gehen es gibt es nicht doch eine möglichkeit es sieht schon ein bisschen danach aus als ob es hier doch noch eine möglichkeit für höhe gibt warum habe ich jetzt wieder alarm ausgelöst wer hat mich jetzt gesehen das war aber eine knappe kiste also ich stehe jetzt quasi genau drauf hier ist es aber nicht ich bin ja jetzt schon zwei etagen runtergefallen diese richtung soll es sein vielleicht finden wir es hier aus nein ist es das da sekunde da hängt doch was an diesen wird ja auch nicht markiert also das ist es nicht er zeigt es ja in dieser richtung ja jetzt sind wir schon dran vorbei also wenn dann wäre es ja in der kiste und da ist es nicht drin also es ist nicht hier also müssen wir anscheinend noch eine etage tiefer wenn wir es nicht finden dann finden wir es nicht dann äh ah doch da liegt es da liegt es gut wir haben es ähm gut wo ist der nächste extraktionspunkt da können wir ja eine schnellreise hin machen oder naja können wir leider nicht ok weil noch alarm ausgelöst ist sagt er mir gerade da wird er mich ja hier in der nähe wieder reinsetzen das würde jetzt nicht wirklich was bringen da geht es nur rauf also wo geht es runter nie so tief runter wollte ich dann nicht ich muss jetzt irgendwie wieder da rüber kommen ne die hätten es ruhig eine nummer einfacher machen können hier kommen wir durch aber hier kommen wir nicht runter es ist doch immer alarm ausgelöst und ich weiß nicht warum wieso ist er jetzt runter gefallen warum ich habe doch gar nichts getan ja aber warum wird er immer wieder ausgelöst ich meine hier sind keine roten punkte oder sowas zerstöre alle testergebnisse auftragsort das heißt ich muss eigentlich hier noch was tun demnach ich bin eigentlich hier noch gar nicht fertig ich muss noch die auftragsunterlagen zerstören hundertpro in den bunker in dem wir eben waren wir kommen jetzt wieder hoch jetzt haben wir uns so schön wagemutig fallen lassen da geht es noch höher und etwa für die cats es war für die cats es war für die cats hier muss ich irgendwas noch machen jetzt kann ja nur hier sein aber zeigt mir nichts an jetzt zeigt mir nichts an was muss ich denn hier machen ja wahrscheinlich soll irgendwelche unterlagen zerstören ich bin zu weit vorne Sekunde das muss weiter vorne sein weiter vorne also eigentlich hier hier ist nichts will du mich forschen was soll ich denn hier tun verdammt verdammt das muss ja hier drin sein das macht ja nicht anders Sinn also dummerweise haben wir ja keine etage irgendwie angeheben also bei dem suchteil hier stehe ich auch direkt daneben aber hier ist nichts ach ich hasse das hier ist nichts aber es kann nur hier sein es kann nur hier sein ich fasse das nicht ich stehe genau drunter das heißt es ist genau da wo die computer konsole steht oder es muss halt wirklich tiefer sein aber da glaube ich nicht ich glaube es irgendwie nicht dass es tiefer ist es muss hier sein es muss doch irgendwas sein was ich hier tun kann es wird wieder nichts markiert ich kann ja nur Sachen machen die noch markiert werden und er markiert nichts verdammt er markiert nichts gar nichts aber der Rechner ist doch an das muss doch was zu sagen haben ist ja der einzige Rechner der an ist Schnauze Lampe so ein bisschen aggressivität loswerden gerade mal die Lampen ähm naja kommt ja der Ausdruck ich habe die Lampen an hier ist nichts ich wüsste nicht was ich hier machen soll ich zerstöre alle Testergebnisse das ist genau die Mission dann soll ich Proben stehen ach das hätte ich auch noch da drüben machen müssen ähm 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 da muss ich ja den ganzen Weg wieder zurück ist ja herrlich herrlich ja kannst du dahin reisen 43.000 Punkte wert also ich muss hier irgendetwas irgendetwas machen wahrscheinlich hätte ich erst das eine machen müssen dann das andere oder sowas ich weiß es nicht ich gehe nochmal eine Etage tiefer hier kann man nicht rein hier wird das nicht sein hier wird es nicht sein lass es sein hier wird es nicht sein so laufen wir nochmal rum hier zwischen halt mal da ist noch was ist auch nicht aktiv hier ist nix hier ist definitiv nix ich vermute jetzt leider ja hätte ich mal meinen Bildschirm anmachen müssen vielleicht hätte der mir ja verraten wo ich jetzt noch was machen muss vielleicht hätte dann irgendetwas da oben in dem Raum aufgeleuchtet also wir gehen nochmal hoch ich weiß Leute ich nerv euch jetzt vielleicht gerade hier da ist doch was da hat er das eben nicht angezeigt das ist ja voll dumm excellent exfil when you're ready I've updated your man sehr schön sehr schön sehr schön jetzt müssen wir wieder runter weil wir haben ja drüber was vergessen woher jetzt die Treppe von da unten hier hier immer meine orientierungsvermögen noch weiter runter geht es hier nicht woher geht es denn weiter runter ah da drüben ok kann ich jetzt irgendwie da rüber kommen das kann ich aber nicht das geht es hier um nein Sackgasse also wieder hoch man hier kann ich durch da geht es runter da geht es runter wie komme ich hier runter hier so ich gehe langsam schiss wenn ich jetzt nochmal sterbe und ich darf das alles nochmal machen dann bin ich ein bisschen furchtig jetzt bin ich unten bin ich ganz unten du musst ja jetzt irgendwo wieder raus gehen ich glaube hier bin ich ganz unten da bin ich auch reingekommen ne das war doch ja das war hier so jetzt bin ich ja nochmal zu dem anderen Labor leider äh bin ich denn hier reingekommen äh ah da äh nicht dran vorbei springen ja das war ja das war es ist das war das war Der Alarm ist ja jetzt nicht mehr ausgelöst, also jetzt schleichen wir uns noch mal ins Labor und holen die Probe. Wir sind ja jetzt schon wieder ein paar Gegner weniger. Das kann ich nicht, das ist zu nah ran. Wir können die Augen offen halten, dass hier auch nichts ist, außer mir. Da kann ich was manipulieren, dann machen wir das doch in einem. Das hier? Nein. Das müssen wir hier gewesen sein. Ah ja, da. Wieder ein paar Strahler weniger draußen an. So, wir sollen eine Probe sicherstellen. Da ist die Frage, wo ist die Probe? Auf Exempel. Ah, da. Ja. Das ist ja schön, dass das deine Meinung ist, aber irgendwie muss ich ja hier wieder raus. rauskommen. Stupido. Dumpfnase. Da ist ein Extraction Point. Kann ich schnell reisen? Nein. Das ist doch ein Extraction Point. Ja. Also muss ich im Prinzip den gleichen Weg wieder zurück. Wir schleichen, wir schleichen, wir schleichen. Wir schleichen, wir schleichen, wir schleichen. Ich mach die und die einfach auch rein. Das hat man eigentlich den ganz vorne geführt. Und diesen Ablaufversuch im Baujahr. Wir sind fast draußen. Wir sind auf einem guten Weg. So. Kann man hier irgendwo rausklettern? Nein. Anscheinend nicht. Gucken wir mal. Da muss man hoch. Irgendwo. Ich hab ja nicht damit gerechnet, dass wir hier wieder hoch müssen. Zugegebenermaßen. Wir sind einfach runtergesprungen. Draufspringen ist schon mal nicht. Ich möchte an dieser Stelle einfach mal so feststellen. Wir gehen. Ich spic ideals her. Neither bin ich. Ich bin. Ich bin cosm tempoig und. Ich konnte nicht, dass wir hier angekommen sind. Und ganz schön. Großen. Ich Emailer auf Plan. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo kommen wir hier weg? Da ist ein Punkt, da leuchtet er auf. Er ist ja nicht weit weg und der Weg ruft zu Freise. Ich glaube, wir schaffen es. Wir haben es geschafft. So, die erste Mission ist beendet. Jawoll! 74% Vergasen fünf Weinde, Befrage drei Offiziere haben wir jetzt nicht gemacht. Das war jetzt nicht wirklich schlimm. Wir haben sonst einmal alles gemacht. Joa. Und es gab noch ein Kopfgeld, was wir hätten machen können. Naja, gut. Jawoll! Ja, dann danke ich euch fürs Zusehen. Morgen starten wir dann mit der zweiten Mission. Die da lautet Kolschakhafen. Also schaltet morgen wieder ein. Würde mich freuen, euch zu sehen zu hören. Bis dann. Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020